Wir hauen uns einfach ein paar Hormone rein. Ein bisschen Testosteron für die Männer, ein bisschen, vielleicht sogar für die Frauen, ein bisschen Wachstumshormone, ein paar Schulterrissenhormone. Jetzt klopfen wir uns ordentlich rein, über 50 und dann läuft alles von ganz alleine. Du bist leistungsfähig, du kannst Bäume rausreißen mit einem unter 25-Jähriger, ohne Cocktail reingeballert und schon läuft alles von ganz alleine. Hallo und herzlich willkommen bei André Strienbach. Ich war gerade hier völlig weg, habe mir das gerade vorgestellt, wie einfach das wäre. Ich war gerade völlig weg und habe mir vorgestellt, es ist echt einfach. Ist auch easy, wäre easy. Hallo, jetzt nochmal. Hallo, herzlich willkommen, ich bin immer noch durcheinander. Hallo, herzlich willkommen bei André Strienbach, Personal Trainer aus Karlsruhe. Heute zum Thema Hormone über 50, die lieben Hormone über 50. Heute geht es darum, eine Frage von einem bei YouTube. Das war eigentlich schon die zweite Frage zum Thema über 50, Hormontherapie. Gute Frage, gute Frage. Es ist natürlich schon so, dass wir natürlich über 50-Jährige das eine oder andere Hormönchen verlieren. Frauen wie Männer, Frauen durch die Wechseljahre, das natürlich auch für Frauen extrem anstrengend sein kann. Das weiß ich ja auch. Ich habe natürlich einige Frauen in Beratung zu diesem Thema, aber nicht zum Thema Hormone, sondern die sind in den Wechseljahren, nach den Wechseljahren haben wir wahnsinnig Probleme, Stoffwechsel, Schlafprobleme und so weiter. Ja, und da ist es schon so, dass man als auch Mann sagen muss, boah, ihr lieben Ladies, ihr habt es echt ein Stück schwer. Nichtsdestotrotz, auch wir Männer kommen in den Wechsel. Auch wir verlieren unsere Hormone. Bei uns ist es vielleicht nicht ganz so stark ausgeprägt, aber der eine oder andere merkt schon, oh oh, da funktioniert was nicht mehr ganz so gut. Oh oh, der Sport ist viel anstrengender. Oh oh, ich brauche mehr Schlaf. Oh oh, ich bin schneller müde. Und so geht es, und so weiter, und so weiter, und so fort. Klar, es gibt natürlich schon die ein oder andere Möglichkeit, hier mit Hormonen nachzuhelfen. Das gibt es tatsächlich. Ich bin natürlich kein Hormonspezialist. Ich werde hier auch keine Hormonempfehlungen aussprechen. Das muss man sich dann mit Ärzten auseinandersetzen, die sich darauf spezialisiert haben. Ich weiß es nicht, inwieweit es in Deutschland Ärzte gibt, die sich darauf spezialisiert haben. Das ist in Deutschland noch ein bisschen in Kinderschulen. USA ist es schon ein bisschen was anderes. Da kann es sein, du bist irgendetwas Angeles in Florida, gehst als 35-Jähriger joggen, guckst auf die Seite, rast ein 80-Jähriger an dir vorbei. Quietscht fidel, unter voller Power, und denkst dir, hallo, die Waldfee, was ist hier los? Tja, der hat einen guten Arzt, und hat es nötige Kleingeld, sich mit Hormonen zu versorgen. Was will ich damit sagen? Sicherlich besteht die Möglichkeit, auf Hormonersatztherapien, auf Hormontherapien zurückzugreifen. Das Problem ist nur, diese Hormongeschichte bei uns Menschen, die ist schon ein sensibles Thema. Ein sehr sensibles Thema. Da kann man natürlich auch viel kaputt machen. Da kann man viel falsch machen. Eingriff in die Hormone, unser Sein und Nichtsein, hängt natürlich auch ein Stück weit, das, was wir so sind, was wir uns ausdrücken, wie wir uns benehmen, hängt natürlich auch ein bisschen mit zusammen, in unserer Hormonstruktur. Ich kenne das bestimmt, ich kenne manchmal so Jungs, tiefe Stimme, solche Haare auf der Brust, Unterarm behaart, Beine behaart, und sind recht laut, recht dominant, stehen mit beiden Beinen im Leben, sind energisch. Und da ist der Verdacht, manchmal sehr groß, dass die einen sehr hohen Testosteronwert haben, von Natur aus. Und da gibt es so andere, so Männer, auch. Hallo, ich möchte auch mal was sagen. Ja, ich traue mich aber nicht. So, da steht der Verdacht auch wieder nahe, dass der Testosteronwert vielleicht nicht ganz so hoch ist, ist jetzt ganz grob pauschal ausgedrückt. Ja, und da kann man, könnte man schon mit dem ein oder anderen Hormoncocktail sicherlich nachhelfen. Die Frage ist eben, inwieweit wir da manipulieren, Dinge machen, die vielleicht nicht gesund sind. Also ich selber kann dazu keine Aussage machen. Wie gesagt, da sollte man sich einen Hormonspezialisten suchen. Wenn ihr natürlich von Natur aus, kann man ja messen lassen, zu wenig freies Testosteron habt, wenn ihr zu wenig Schilddrüsenhormone habt, das lässt sich alles zu wenig DHEA, das lässt sich natürlich alles nachmessen. Dann könnt ihr Kontrolle machen und dann gibt es natürlich einen ärztlichen Befund. Und wenn dann ein Bedarf da ist, dann wird es der ein oder andere Arzt, der sich gut damit auskennt, natürlich auch da ranwagen und hier ein bisschen nachschieben, dass ihr einen Wohlfühleffekt habt. Wenn natürlich keine Unterfunktion vorliegt, dann wird es schwierig in Deutschland. In den USA, wie gesagt, da ist es schon so, dass es da Ärzte gibt, die sich damit auseinandersetzen, sie sich spezialisiert haben. Und da gibt es natürlich dann auch Männer, die sagen, weißt du was, ich bin jetzt 70, ich habe vielleicht noch eine Lebenserwartung von 15, ich gönne mir das, ich habe genügend Geld, ich lasse mir ein schönes Wachstumshimmoncocktail geben mit Testosteron, Feuer frei, bin bis zu meinem 82, 83 Lebensjahr hoch agil, sterbe vielleicht ein oder zwei Jahre früher, keine Ahnung, weiß ich nicht, habe aber davon 10, 12 Jahre einen hohen Lebensluxus gehabt. Der andere mit 70, Hormonunterfunktion, den ganzen Tag desolat, vielleicht sogar noch leicht depressiv, lebt auch bis zu einem 85, in dem Jahr, aber mit einem anderen Lebensluxus. Keine Ahnung, das ist natürlich ein schwieriges Thema und ich kann da keine große Auskunft geben zum Thema Hormone, zum Thema extern zugeführende, exogene Hormone kann ich mir machen, wenn ich mich damit nicht auskenne. Das ist wirklich eine Medizinersache. Also, wenn ihr da was machen wollt, wenn ihr denkt, ihr leiden an der Unterfunktion, dann geht es ab zum Arzt und einfach mal einen Test machen lassen, inwieweit alles noch soweit funktioniert, Freunde. Das war es zum Thema Fitness over 50, brauche ich ein Hormoncocktail? Ich weiß es nicht. Alles klar, macht es gut. Andreas Trienbacher, Personal aus Karlsruhe, Fitness over 50, deine Fitness, meine Aufgabe.